Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Sie sehen ja jetzt schon alle Häuser gleich aus Ja, finde ich auch Also man darf doch auch mal etwas Spezielles, was nicht alle haben Das ewige Grau in Grau Es ist wie mit meinem Töff So einen Japsen-Hobel hat jetzt jeder Depp Aber er hat auch die Tugache Frau Steffen, Sie haben doch gearbeitet Ich meine, mit unseren Farbkarten Und da sieht man doch auf der ersten Brücke Gehen gibt es nicht Kommt gerne mit ihm vor In diesem Sinne bitte ich Sie Den Vorstoss für eine Farbkarte Münchweilen zu unterstützen Besten Dank Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020